Die zwei passen natürlich super in meine Sendung, weil hier geht es natürlich um Musik, aber es geht auch so um die großen Themen. Ich habe dann keinen Filter daraus gemacht, einen Track, der unfiltriert die aktuelle Lage analysiert. Kein Filter, keine Phrasen, wo er drauf sprengen deine Filterblase. Sans Filtre, pas de parole en l'air, die Parole y est veridique, voir clair. Wow, das sind schon starke Statements von den beiden und wir würden uns total freuen, Feedback zu bekommen von euch. Welcher Track trägt euch wohin? Ihr habt die beiden Würfe gehört, kein Filter und on Resist, es ist an euch jetzt mit abzustimmen. Mit was könnt ihr euch gut identifizieren, was habt ihr vielleicht für einen Vorschlag, wo kann die Reise hingehen, bei welchem Track? On Resist, wenn wir Spoten aus, Spoten faust in die Luft, für die Résistance in Belarus. Keine Phrasen, so true, packen Gold auf die Waage. Sans Filtre, pas de parole en l'air, die Parole y est veridique, met au Lumière. Jetzt habt ihr bemerkt, ich habe mich hier bereits umgezogen, ich habe die Handschuhe angezogen, weil ich würde gern für euch jetzt noch zum Abschluss ein bisschen musizieren. Musik Musik Musik